Alle Wörterspiele aus dem Bereich Didaktik der Extras auf dem Exend funktionieren auf eine ähnliche Art und Weise. Über die rote Taste wird das Spiel gestartet und über die Taste Finde das Wort wird per Zufallsauswahl ein neues Wort ins Textfenster genommen und vom Talker gesprochen. In jedem der drei Spiele gibt es weiße Kommentartasten, die einen Kommentar sprechen, aber nicht ins Textfenster schreiben. Und über die Taste Hilfe zeigt der Talker Sequenzen an, unter denen das Wort zu finden ist. Über die Taste Wörterspiele gelangt man zurück in die Dial-Leiste und kann eins der drei Spiele aussuchen. Bei dem Spiel Wort finden geht es tatsächlich darum, das Wort, was im Textfenster steht, als Ikonensequenz im Vokabular wiederzufinden, in diesem Fall also das Wort Essen. Und der Nutzer kann versuchen, mit seinen Wörtern zu erklären, was das Wort Zögern in diesem Beispiel bedeutet. Im Spiel Gegensätze wird ein Wort im Textfenster geschrieben und der Nutzer soll das Gegenteil suchen. Leise ist das Gegenteil von laut. Laut finde ich unter tv und plus. Wie die Wörterspiele individualisiert werden können, ist im nächsten Video zu sehen. Wie die Wörter ist das Gegenteil von laut. Wie die Wörter sind? Wie die Wörter ist das Gegenteil von laut. Wie die Wörter sind ein mots responsible für die Wörter, die Wörter sonst in der Wörter auslängt, ist die Wörter, die Zögern in die Wörter � birden zu Card so sein.